Hi Coco! Obwohl es natürlich umgekehrt ist. Er rast auf den Gletscher zu. Dem ist das egal. Der hält doch ein Flugzeug-Crash-Locker aus. Ein letztes paarisches Brüllen, das ich oben auf meinem Gipfel hören kann. Und dann haut es ihn auf so einen hohen, spitzen Eiszacken. Da geht er natürlich kaputt dabei. Das zerfetzt ihn. Teile fliegen nur so rum, Blut. Ich kann es von oben sehen, der schöne, ewig blaue Gletscher völlig versaut. Wird kaum noch zu identifizieren sein, der Chef. An den Zähnen vielleicht. Er hatte ein Gebiss wie ein Pferd. Naja. Ich packe erstmal meine Salametti aus. Die Nase ist inzwischen auch schon gelandet. Ich trinke noch einen Schluck. Red Bull. Und dann mache ich mich auf den Abstieg. Die Nase ist inzwischen auch schon gelandet. Die Nase ist inzwischen auch schon gelandet. Untertitelung des ZDF, 2020